Herzlich willkommen zu unserem IHK-Spezial-Webinar. Die wichtigsten Fragen zum Ausbildungsstart aus der Reihe Tipps für Ausbildende. Die hohe Anmeldezahl zeigt uns, wie wichtig Ihnen die Verantwortung für Auszubildende und junge Menschen ist, insbesondere am Übergang Schule ins Berufsleben. Mit dabei heute beim Webinar wird sein mein Kollege Heinz Müller, der zuständige Bildungsberater für Augsburg und einen Teil vom Unterallgäu in den kaufmännischen, kaufmännisch-verwandten Gastronomie- und IT-Berufen. Und am Chat ist heute die Teamleitung der Bildungsberatung Anja Häusl. Und mein Name ist Christine Kratzer-Hauk. Ich bin die Bildungsberaterin für kaufmännische, gastronomische und IT-Berufe fürs Ostallgäu und die Stadt Kempten. Herzlich willkommen an Sie alle zu diesem Webinar. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses wichtige Thema. Im August und September beginnen wieder über 7000 Auszubildende in IHK-Berufen ihre Ausbildung. Und Sie sind in diesen Tagen dann der erste Ansprechpartner oder die erste Ansprechpartnerin im Unternehmen. Oft tauchen auch Fragen auf und wir versuchen jetzt in der nächsten Stunde die wichtigsten davon zu beantworten. Noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie können Ihre Fragen auch im Chat stellen, die dann teilweise direkt beantwortet werden können. Oder am Ende unserer Informationen haben wir auch noch Gelegenheit, Fragen direkt an Sie weiterzugeben und in der Runde zu beantworten. Ja, Vorbereitung der Ausbildung. Bevor es richtig losgeht, bevor der Ball am Abschlag liegt und abgeschlagen wird, ist zunächst mal ein Ausbildungsvertrag abzuschließen. Ein Großteil von Ihnen wird dies schon getan haben. Ein Teil ist vielleicht gerade dabei oder noch auf der Suche nach einem Azubi für September. Ausbildungsverträge werden über das Berufsbildungsportal online gemacht. Ich komme gleich noch darauf, wie das funktioniert. Wichtig ist auch, dass Sie bei minderjährigen Azubis eine ärztliche Untersuchung vorlegen, sich vorlegen lassen. Sonst kann der Vertrag nicht eingetragen werden und hier sind Sie als Unternehmen auch in der Verantwortung. Das Unternehmen meldet auch bei der Berufsschule an. Das übernimmt also nicht die IHK, sondern das Unternehmen. Und das können Sie auch tun in dem Moment, wo der Ausbildungsvertrag abgeschlossen und unterschrieben ist. Sie müssen da nicht warten, bis der Vertrag von der IHK eingetragen und bestätigt ist. Die Informationen zur Anmeldung finden Sie jeweils auf den Internetseiten der Berufsschulen. Halten Sie Kontakt zwischen dem Vertragsabschluss und dem Beginn der Ausbildung. Zum Beispiel können Sie informieren über Neuigkeiten aus dem Unternehmen oder auch zum Geburtstag des Azubis gratulieren, wenn er in diese Zeit fällt. Überlegen Sie sich, wie Sie das willkommen und den ersten Tag und natürlich die ersten Wochen gestalten. Ganz wichtig für junge Menschen ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind in dem Betrieb willkommen und sie haben ihren Platz. Und auch es gibt Ansprechpartner, auf die ich zugehen kann, wenn ich als neuer Mitarbeiter, als neuer Azubi im Unternehmen bin und die, an die ich mich wenden kann. Hilfestellung zu Ausbildungsstart, zu Ausbildung insgesamt und zu verschiedensten Fragen finden Sie auch im Internet und auch auf den BIP-Seiten. Sie können zum Beispiel eine interne Ankündigung auch machen, Sie können Infos zur Ausbildung zusammenstellen und die Broschüre Ausbildung gestalten, die es für viele Berufe auf der BIP-Seite gibt, herunterladen. Da können Sie sich dann nochmal vorbereiten auf die Inhalte. Es ist die sachlich-zeitliche Gliederung in dieser Broschüre auch abgebildet und da können Sie dann noch in einer Erläuterungsspalte zusätzliche Informationen zu den Inhalten finden. Die lohnt sich auf alle Fälle herunterzuladen. Sie bekommen ja auch im Nachgang zu diesem Webinar die Präsentation mit den entsprechenden Links zugeschickt. Ein weiteres Portal, das ich noch erwähnen möchte, ist Leando. Früher war das das Portal Voraus für die Ausbildung, nennt sich jetzt seit kurzem Leando. Auch da finden Sie viele Informationen rund um die Ausbildung, auch zu den Themen Digitalisierung in der Ausbildung, Checklisten zur Organisation und so weiter. Wenn es dann losgeht, wie schon gesagt, die ersten Wochen und Tage planen, wie setze ich den Azubi ein, wo setze ich den Azubi ein. Die ersten Tage sind auch wichtig, das ist der Übergang von der Schule ins Arbeitsleben. Den Azubi gut abholen. Das ist ein großer Schritt für junge Menschen, aus dem Schulleben ins Arbeitsleben zu gehen. Erstmal mehrere Tage am Stück, acht Stunden am Tag durchhalten. Das ist ja oft der erste Arbeitsvertrag, den Auszubildende in ihrem Leben unterschrieben haben. Das sind die ersten Tage, die hintereinander stattfinden, wo man acht Stunden am Tag auch konzentriert sein muss. Das will gelernt werden. Und nicht jeder Azubi kann damit gleich gut umgehen. Die einen schaffen es prima und sind schon noch ein, zwei Wochen gut dabei, die anderen brauchen etwas länger, auch im Unternehmen sich zurechtzufinden, die Strukturen kennenzulernen, zu wissen, was darf ich, was kann ich, was soll ich. An der Stelle ist es auch ganz wichtig, dass Sie die Spielregeln und Orga des Unternehmens hier auch weitergeben. Spielregeln zu Beginn der Ausbildung bereits aufzeigen. Zum Beispiel, wie sind Arbeitszeiten zu stempeln oder festzuhalten? Wie ist das mit der Absprache? Wann kann wer in die Pause gehen? Wie funktioniert eine Krankmeldung? Gehen Sie nicht davon aus, dass Azubis das alles bereits wissen oder von zu Hause mitbringen. In ganz vielen Fällen gibt es Situationen, wo ein Azubi unsicher ist, sich vielleicht auch gar nicht fragen traut und dann irgendetwas macht und hinterher kommt raus, das war eigentlich gar nicht richtig. Wenn man aber die Spielregeln klar aufzeigt, dann kann man an dieser Stelle ganz, ganz viele Missverständnisse und Unklarheiten vermeiden und es schleichen sich nicht Dinge ein, dass man zum Beispiel beim Kollegen sich per WhatsApp krank meldet und das aber gar kein üblicher Weg im Unternehmen ist. Das finden wir immer wieder in Aussagen von Azubis oder auch Unternehmen. Bitte, wenn Sie die Spielregeln klar vorgeben, dann können Sie darauf auch verweisen und auf das zurückgreifen, dass Sie das mitgeteilt haben. Und ein Azubi fühlt sich vielleicht auch wohler, wenn er Leitplanken hat, wenn er weiß, wie die Dinge im Unternehmen laufen und was er zu tun hat, an wen er sich zu wenden hat. Sind Sie auch sensibel? Gucken Sie auf den Azubi, ob es ihm gut geht, ob er sich wohlfühlt und ob er sich zurechtfindet. Nehmen Sie auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen mit, gerade wenn Sie neu in die Ausbildung einsteigen. Dann ist es vielleicht nicht für jeden Kollegen oder Kolleginnen selbstverständlich, dass ein Azubi jetzt da ist und dass ein Azubi eine andere Begleitung, Anleitung und Betreuung braucht, als wie vielleicht ein Studienabsolvent, ein Werkstudent oder ein anderer neuer oder eine andere neue Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Azubis sind eben, wie schon gesagt, von der Schule und steigen ins Arbeitsleben komplett neu ein. Das braucht ein bisschen eine andere Begleitung als wie ein anderer Mitarbeiter. Besonderheiten bei minderjährigen Azubis. Hier haben wir noch online ein Webinar, das Sie gerne anklicken können. Der Link wird mit dem Versand der Unterlagen dabei sein. Es ist auf unserem YouTube-Kanal der IHK Schwaben. Eine Möglichkeit, die ersten Wochen und vielleicht die ganze Zeit der Ausbildung gut zu gestalten, ist auch einen Paten im Unternehmen zu benennen, auszusuchen. Das können Azubis aus dem zweiten oder dritten Ausbildungsjahr sein oder andere Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, Pate für einen Azubi zu machen. Wie geht es jetzt mit dem Online-Portal? Ich habe es vorhin erwähnt, dass Ausbildungsverträge und viele Informationen über das Online-Portal gehen. Wir haben keine Papierverträge mehr. Wir sind hier an einem Schritt der Digitalisierung, wo wir einfach auch versuchen, Ihnen die Arbeit etwas einfacher zu machen bzw. digitaler zu gestalten. Und auch bei uns im Haus dann die Bearbeitung zügiger und komfortabler geht. Es werden auch zum Beispiel Übertragungs- und Tippfehler vermieden, wenn die Daten bereits im Online-Portal sind. Das Online-Portal hat viele verschiedene Funktionen. Sie können das jetzt nicht lesen, aber so ungefähr sieht die Einstiegsseite aus. Die Erstzugangsdaten zum Portal bekommen die Betriebe per Post an die Firmenadresse zugesandt. Diese gingen teilweise schon raus. An viele Betriebe wurden die bereits zugesandt. An aktive Betriebe schon im Jahr 2022 und sukzessive immer weiter. Wenn Sie keine Zugangsdaten haben, können Sie diese natürlich anfordern. Verträge online sind möglich über das Portal, wenn die Berufe und der entsprechende Ausbilder oder die Ausbilderin dort angelegt sind. Bevor bei der IHK Schwaben kein Ausbilder benannt ist, kann kein Ausbildungsvertrag gemacht werden. Die Ausbilder-Daten werden über das Ausbilder-Datenblatt bei uns eingereicht. Alle Informationen zum Portal finden Sie auch auf Berufsbildung online. Wenn Sie, wie gesagt, noch keine Zugangsdaten haben, dann wenden Sie sich an unseren Ausbildungs-Service oder über die Informationen auch auf der Internetseite. Dann werden Ihnen die Zugangsdaten nochmals zugeschickt. Sie melden sich im Portal an und sehen dann die Unternehmensdaten, die zugeordneten Berufe, die Ausbilder, die Verträge, die bereits eingetragen sind und können neue Verträge anlegen. Sie können auch an weitere Berechtigungen im Unternehmen unterverteilen an Ihre Ausbilder. Also derjenige, die die Administrationszugangsdaten bekommt und sich damit anmeldet, kann auch Zugangsberechtigungen weiterverteilen. Damit mehrere Personen hier auch arbeiten können. Es kann auch eine Berechtigung für das Erstellen der Verträge, wenn das zum Beispiel im Personalbüro gemacht wird, angelegt werden. Und es können auch bei mehreren Filialen oder Betriebsstätten die Zugänge zusammengelegt werden. Das geht immer, indem man den Erstzugang, den man für die Betriebsstätte bekommt, benutzt und diesen dann an einen vielleicht bestehenden Hauptzugang mit anhängt. Fragen zu Portal, zu technischer Abwicklung, zu Dingen, die Sie vielleicht nicht sehen können oder die nicht funktionieren, beantwortet gerne unser Ausbildungs-Service. Die Kolleginnen und Kollegen sind hier technisch inzwischen sehr basiert. Nochmal der Appell an Sie, nutzen Sie das Portal, melden Sie sich an als Betrieb. Und das Gleiche gilt auch für Azubis. Auch Auszubildende bekommen Zugangsdaten per Post an die Privatadresse zugesandt. In dem Moment, wo der Vertrag bei uns eingetragen ist, geht das dann an die Azubis raus. Bitte weisen Sie Ihre Azubis darauf hin, dass Sie diese Zugangsdaten bekommen. Die nehmen das manchmal gar nicht wahr, was diese Post von der IHK bedeutet und was Sie damit anfangen sollen. Weisen Sie darauf hin, dass Sie hier diese Zugangsdaten per Post bekommen und dass Sie sich bitte auch anmelden sollen. Mit einer Mailadresse, die von den Azubis auch abgerufen wird. Denn über das Portal gibt immer, wenn hier Neuigkeiten bekannt werden, das gilt auch für die Betriebe, immer wenn neue Dinge hier eingestellt werden, wenn Sie eine Vertragsbestätigung herunterladen können, wenn irgendeine Information für Betriebe oder für Azubis wichtig ist, die eingestellt wird, dann bekommen Sie über die Mailadresse, die angelegt ist, eine Benachrichtigung, dass im Portal etwas Neues vorhanden ist, dass eine Nachricht da ist, die Sie dann abrufen können. Sie müssen also nicht täglich in das Portal reinschauen, auch der Azubi nicht, aber er soll bitte eine Mailadresse anlegen, verwenden, die er auch abruft. Genauso natürlich im Betrieb. Auch Azubis können Vertragsbestätigungen dort einsehen und können die Vertragsbestätigung für die Berufsschule zum Beispiel selber abrufen und in der Berufsschule vorzeigen oder ausdrucken und vorlegen. Die Berufsschulen akzeptieren das inzwischen aber auch per digitaler Vorlage. Also auch das ein Schritt, den die Azubis durchaus in eigener Verantwortung übernehmen können. Die Berichtsheftvorlage erfolgt auch dann über dieses Portal. Da werden Azubis zum Beispiel in Stichproben aufgefordert und sukzessive ab dem nächsten Jahr wird auch das für die Prüfung dann wieder über dieses Portal vorzulegen sein. Es werden Anträge und Projektarbeiten über das Portal laufen. Das läuft jetzt schon so bei den Prüfungen in zum Beispiel IT-Berufen oder in allen Berufen, wo es Projektarbeiten, die hochzuladen sind, gibt. Die Prüfungsergebnisse können abgerufen werden von den Azubis. Und ganz wichtig, die Prüfungsanmeldungen kommen künftig auch über das Portal. Hier ist es so, dass ab der Winterprüfung in den kaufmännischen Berufen das komplett startet. Das heißt, der Azubi wird über das Portal darüber informiert und aufgefordert, sich zur Prüfung anzumelden. Aber er kann sich natürlich nicht selber anmelden. Das erfolgt dann natürlich nur durch Bestätigung des Betriebes. Wenn der Azubi diese Info bekommt, dass er sich anmelden soll, bekommt auch der Betrieb eine Benachrichtigung und sieht, dass der Azubi hier aufgefordert wurde. Der Azubi muss dann wiederum diese Anmeldung bestätigen. Und dann ist der Betrieb gefordert, hier die nächsten Schritte zu tun, quasi wie die Unterschrift, die wir früher hatten, digital hier zu hinterlegen, zu bestätigen, dass dieser Azubi zur Prüfung angemeldet werden soll. Und dann folgen die nächsten Schritte. Das geht also jetzt ab Winter an den Start. Wichtig dabei ist, dass Betriebe und Azubis wirklich im Portal angemeldet sind. Azubis werden immer wieder angeschrieben, wenn sie sich nicht angemeldet haben. Aber bitte schauen Sie auch nach. Sie sehen im Portal, dass Azubis angemeldet sind oder auch, ob Ihr Azubi sich noch nicht angemeldet hat. Dann fordern Sie ihn bitte auf. Ganz, ganz wichtig. Soweit zum Portal. Da wird es sicherlich noch einige Fragen geben und das müssen wir jetzt sukzessive einführen. Aber wir wissen, dass es jetzt erst mal eine große Umstellung ist. Aber ich denke, gemeinsam werden wir diesen Stritt der Digitalisierung auch gut meistern können. Ein weiteres wichtiges Thema, Ausbildungsnachweis, Berichtsheft. Ja, warum gibt es einen Ausbildungsnachweis? Der erste Punkt, der Ausbildungsnachweis ist Zulassungsvoraussetzung zur Prüfung und mit der Freigabe oder der Unterschrift auf der Prüfungsanmeldung wird von Seiten des Betriebes auch die ordnungsgemäße Führung und Vollständigkeit des Berichtsheftes bestätigt. Und das ist der Nachweis über die vermittelten und gelernten Inhalte für beide Seiten. Das ist die einzige verpflichtende Dokumentation über die Inhalte der Ausbildung. Was wurde gelernt? Was wurde vermittelt? Was hat der Azubi auch verstanden? Was hat er alles schon gemacht? Und hier ist es auch wichtig und gut, wenn Sie das auch mit der sachlich-zeitlichen Gliederung dann abgleichen. Azubis können, wie schon gesagt, auch aufgefordert werden, in Stichproben das Berichtsheft unterjährig vorzulegen. Zur Prüfung wird es dann auch digital angefordert. Wie kann das Berichtsheft geführt werden? Es kann schriftlich geführt werden oder es kann auch elektronisch geführt werden. Beides ist nach wie vor möglich. Allerdings ist am Ende zur Vorlage, das Berichtsheft dann als PDF-Dokument vorzulegen. Insofern bietet sich das auch an, das Berichtsheft digital zu führen oder sukzessive darauf umzusteigen. Es gibt verschiedenste Tools, die von fast kostenfrei bis zu natürlich für große Betriebe mit mehreren Hunderten oder Tausenden von Euros zu bezahlen sind, wo dann ganze Ausbildungsplanungen mit Ausbildern, Inhalten und so weiter hinterlegt werden können. Aber für den Einstieg gibt es hier Möglichkeiten, die beginnen bei 1 Euro pro Monat pro Azubi und man kann auch eine digitale Variante benutzen. Im kaufmännischen Bereich oder vielleicht auch in anderen Berufen bietet sich das vielleicht sogar an, dem Azubis, die in den ersten beiden Wochen einen Auftrag zu geben, wenn man noch nicht ein digitales Berichtsheft am Start hat, zu recherchieren, welche Tools gibt es, wie funktionieren die, was kosten die, was können die. Da mal eine Matrix drüber zu erstellen oder eine kurze Präsentation und Ihnen das dann zu zeigen und dann können Sie dann entscheiden, welches Tool genommen werden kann. Sie können das Berichtsheft aber wie gesagt auch nach wie vor schriftlich führen. Es muss halt dann eingescannt werden zur Vorlage. Ein paar praktische Tipps für die Umsetzung. Damit Ihr Azubi hier nicht mit Fragezeichen da sitzt und sagt, was soll ich denn tun, sehen Sie das Berichtsheft als Begleiter durch die Ausbildung für beide Seiten, als methodisch-didaktisches Hilfsmittel. Zum Beispiel können Sie auch Themen, die als Thema der Woche beschrieben werden sollen, als vorgeben. Sie können auch anleiten, indem Sie sagen, heute besprechen wir die und die Inhalte, das ist auch das Thema für das Berichtsheft diese Woche, denn das Berichtsheft hat ja auch den Sinn, dass Inhalte nochmal reflektiert werden, dass nicht nur festgehalten wird, was denn gemacht wird, sondern auch geguckt werden kann und reflektiert wird, damit es auch verstanden ist. Und dass Sie auch feststellen können, hat der Azubi das auch verstanden und kann er das das nächste Mal vielleicht schon einen Schritt selbstständiger machen. Es ist eben, wie schon gesagt, der Nachweis über vermittelte und gelernte Inhalte für beide Seiten und ein Abgleich mit der sachlichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsberufes empfiehlt sich hier durchaus halbjährlich, um zu gucken, wie sind wir denn hier bei den Themen dabei. Denn die sachlich-zeitliche Gliederung gibt ja Richtwerte in ungefähren Kalenderwochen, in ungefähren Arbeitswochen vor, aber nicht unbedingt die definitive Reihenfolge der Inhalte jetzt. Die können Sie ja auch im Unternehmen oft gar nicht so umsetzen. Wichtig ist ja die praktische Unternehmenstätigkeit, die Sie vermitteln. Und dabei ist zu beachten, dass die Inhalte, die für das erste Ausbildungsjahr oder dann die ersten 15 Monate zum Beispiel vorgesehen sind und bei vielen Berufen relevant sind für die Teil-1-Prüfung, dass die in diesem Zeitraum vermittelt werden und bis zum Ende natürlich alles. Dazwischen gibt es auch Spielräume und Möglichkeiten, die Sie als Ausbilderin, als Ausbilder oder als anleitende Ausbildungsbeauftragte im Betrieb nutzen und überlegen, was macht wann Sinn, meinem Azubi zu vermitteln und wie gestalte ich das dann in den weiteren Schritten. Und wenn Sie, wie schon gesagt, das Berichtsheft dazu verwenden, dass das dokumentiert wird, dann kann man auch den einen oder anderen Berichtsheftartikel raussuchen und das zur Vorbereitung der gleichen Tätigkeit ein oder zwei Monate später verwenden und der Azubi kann schon viel mehr selbstständig vorbereiten und dann umsetzen. Ja, an dieser Stelle geht es weiter mit der Probezeit und hier darf ich an meinen Kollegen, den Herrn Müller-Heinz, übergeben, der jetzt die nächsten Themen mit Ihnen besprechen wird. Vielen Dank und bis dahin. Ja, sehr geehrte Ausbilderinnen, sehr geehrte Personalreiter, ich freue mich schon, dass ich jetzt hier einige Sätze sagen darf und Sie mitnehmen darf auf unseren Weg der Bildungsberater. Nehmen Sie mal mit auf unseren Weg der Bildungsberater. Was passiert am Anfang einer Ausbildung, eines Ausbildungsjahres? Es kommen ganz, ganz viele Anrufe zu uns in die IHK mit Fragen. Und ich habe mal so einige Fragen oder einige Themen zusammengestellt, die wo bei uns immer wieder jedes Jahr so mal aufschlagen und dazu würde ich jetzt Ihnen gerne eigentlich weiter was geben, wenn ich meine Peute hier hätte, wo ich die Folien weiter zippen könnte. Das wäre super. Danke, Christine. Alles gut, alles gut. Alles gut, da bleibt man ja ganz entspannt. Im Vorab möchte ich noch was sagen. Es sind in unserem Chat so viele Fragen zu unserem Bildungsportal aufgeschlagen. Fragen, wie geht das, wie ist es mit einer Verlängerung, wie ist es mit einer Verkürzung, es sind so viele Fragen. Es wird momentan ein One-Pager erstellt, es wird viel erstellt und im Nachgang zu unserem Webinar hier, dann werden wir Ihre Fragen im Chat auch alle beantworten. Für uns ist es so, wir wachsen mit diesem Portal, mit diesem Bildungsportal und versuchen natürlich alles jetzt somit einzufliegen auf Hinweise, auf das, was noch offen ist. Aber Sie werden über alle Fragen, wo da kommen, eine Antwort erhalten. Ich komme auf uns Bildungsberater zurück. Was schlägt bei uns Bildungsberater denn immer so auf? In der Probezeit. Für was ist denn eine Probezeit überhaupt da? Das Berufsbildungsgesetz sagt, eine Probezeit kann ein bis vier Monate betragen. Darf ich Ihnen was sagen und als Rat mitgeben? Nehmen Sie bitte immer die vier Monate. Denn in dieser Probezeit, nach vier Wochen, kann man noch gar nicht so viel sagen. Nach vier Wochen weiß man noch gar nicht, wie tickt der AZW überhaupt? Kommt er mit seinen Aufgabenstellungen klar? Ist es überhaupt seine Ausbildung, was er da gerade macht? Geben Sie ihm also kleine Aufgaben. Fangen Sie sukzessiv mit kleinen Aufgaben an. Übergeben Sie eine Aufgabe. Kontrollieren Sie diese Aufgabe. Schauen Sie sich das an. Gehen Sie auf den AZW Bezug. Führen Sie ein Feedback-Gespräch. Nehmen Sie sich Zeit, auch wenn es manchmal schwierig ist. Wir wissen, dass es schwierig ist, aus einem Tagesgeschäft dann herauszugehen, Feedback-Gespräche zu führen, sich die Aufgaben anzuschauen, die Aufgaben zu machen. Das ist einfach schwierig. Oder geben Sie dem, wie es meine Kollegin, die Frau Kratzer-Haupt sagt, geben Sie dem AZW Wertschätzung. Zeigen Sie dem AZW, Sie sind für ihn da. Als Ausbilder. Ich bin gerade dabei, wieder Grußwort zu schreiben, für Abschlussfeiern. Und da steht immer drin, herzlichen Dank an die Ausbilderinnen und Ausbilder. Sie sind ein wichtiger Faktor in der beruflichen Ausbildung. Also nehmen Sie sich Zeit und führen Sie diese Gespräche mit Ihrem AZW. Verlängerung der Probezeit. Das sind ganz viele Anrufe. Wie kann ich denn? Ich bin mir nicht sicher. Können wir, wollen wir den AZW übernehmen? Die Probezeitverlängerung funktioniert nur mit einem Grund. Und das ist Krankheit. Wenn Ihr AZW mehr wie ein Drittel Fehlzeiten in Krankheit hatte, kann die Probezeit verlängert werden. Taggenau. Also man muss die Tage genau aufzählen und dann kann sie verlängert werden. Also, sollten Sie mit einem AZW ein Problem haben, sollten Sie sagen, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Jetzt habe ich eine Krankheitszeit, Ausfallzeit. Dann kommen Sie auf uns zu. Kontaktieren Sie immer frühzeitig. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Bildungsberatung, aus Ihrem Gebiet, die steten Ihnen zur Seite und beantworten gerne Ihre Fragen. Man findet dann immer auch Möglichkeiten. Suchen Sie partnerschaftliche Kooperationen. Was ist damit gemeint? Stehen Sie in Verbindung mit der Berufsschule. Nehmen Sie Sprechtage wahr. Nehmen Sie Sprechzeiten wahr. Tun Sie Kontakt zum Lehrer. Reden Sie mit den Lehrkräften. Sie kriegen ja vieles nur im Betrieb mit. Aber wie ist sein Sozialverhalten meines Azubis, sein Sozialverhalten in der Berufsschule? Wie sind seine Noten? Dazu eine Empfehlung wieder von uns Bildungsberatern, zu sagen, lassen Sie sich die Noten vorlegen. Machen Sie eine Notenübersicht. Damit Sie immer auf Stand sind und wissen, wie steht denn mein Azubi überhaupt in der Schule? Viele warten immer bis zum Jahreszeugnis. Und dann kommt das große Ach. Drei Fünfer hat er. Ach. Und dann zwei Sechser. Ach. Und diese Bewertung? Rechtzeitig. Rechtzeitig also schauen, damit Sie alle sehen, was er tut. Denn rechtzeitig kann man anfangen mit Nachhilfeunterricht, mit Förderung des Azubis. Jede Schule bietet auch eine sogenannte Schulsozialarbeit an. Also die haben auch extra ausgebildetes Personal mit Sozialberatern, mit Schulpsychologen, die, wo sich vielleicht auch schwierige oder auffällige Azubis extra Zeit für sie nehmen. Also dazu hat aber auch jede Berufsschule auf ihrer Homepage diese Hinweise, wer ist hier der Kontaktlehrer dazu, die Lehrerin, wen können wir dort ansprechen. Dann gibt es die Förderungen. Natürlich gibt es Förderungen, gerade für Menschen mit Migrationshintergrund, die, wo sie vielleicht in der Sprache etwas schwer tun. Wir in der IHK haben Integrationsbetreuung. Ja, wir haben Kollegen und Kolleginnen, die Sie auch kontaktieren können, die über Sprachkürze Ihnen Auskunft geben können. Dazu steht Ihnen unser Ibrahim Rahimi gerne zur Verfügung auch. Der betreut das Ganze. Also suchen Sie sich immer jemanden, der aber auch an Ihrem Azubi dran ist. Von dem Sie auch eine Einschätzung Ihres Azubis bekommen können, um das Ganze dann auch gut bewerten und beurteilen zu können. Und nutzen Sie dann auch die Probezeit, meine Damen und Herren. Nutzen Sie sie auch. Denn nach der Probezeit wird es doch etwas schwierig, dann da noch etwas zu tun oder zu machen. Anrechnung von Berufsschulzeiten, Berufsschulbesuchen. Wann ist eine Freistellung da, wann ist keine Freistellung da. Wie rechnen wir Arbeitszeiten auf Berufsschulzeiten an und so weiter. Finden Sie auch bei uns auf der Homepage. Das ist auch ein Hinweis, den ich Ihnen gerne geben möchte. Wir haben so auf unserer Homepage eine Info von A bis Z. Und da finden Sie zu jedem Thema eine Antwort. Und wo Sie dort keine Antwort finden, dann kommen Sie auf uns Bildungsberater zu. Gleiche Fragestellung auch immer wieder. Verkürzung und Verlängerung von Ausbildungen. Ist das möglich? Geht das? Bis wann ist das möglich? Bis wann kann ich verkürzen? Ab wann kann ich verkürzen? Wie lange kann ich verlängern? Man braucht aber immer einen Grund, um etwas zu verkürzen. Ich sage, ich möchte die Ausbildung verkürzen. Ich muss dann gucken, welche Schulbildung steht dahinter. Ich muss dann kürzen, welches Notenbild gibt die Berufsschule ab. Wie ist der praktische Stand? Und im Endeffekt muss es immer ein beidseitiges Einvernehmen geben. Warum? Weil wir eine Vertragsänderung brauchen. Und Sie wissen ja, ein Ausbildungsvertrag wird immer von zwei Parteien geschlossen. Und wenn der geändert wird, muss auch dieses Änderungsformular von zwei Parteien unterschrieben werden. Denken Sie bitte auch immer daran, wenn Ihr Azubi unter 18 ist, brauchen Sie zu all diesen Dingen auch einen Erziehungsberechtigten. Genauso geht es mit Verlängerung der Ausbildungszeit. Das muss wieder sukzessive geprüft werden. So einfach ist es nämlich nicht. Es gibt ja in der Berufsschule, das muss man auch immer wieder sagen, es gibt ja kein Durchfall nicht. Es gibt ja nicht, wo man sagt, der Schüler ist jetzt sitzen geblieben, wie man heute so sagen würde. Nein, Möglichkeiten der Verlängerung, die müssen immer mit der zuständigen Stelle, also mit der IHK abgesprochen werden. Warum und wieso möchten wir verlängern? Ja, vielleicht ist Notengebilde so schlecht oder die Sprache noch so schlecht. Da muss man einfach miteinander reden und schauen, was ist sinnvoll, weil man muss immer auch beachten, wann sind Prüfungstermine? Wie kriegen wir das Ganze dann zusammen? Jetzt haben wir Fehlzeiten. Längere Krankheitsteigen schlagen auch immer wieder bei uns auf, gerade mit psychischen Belastungen, mit Unfällen oder, oder, oder. Eines im Vorfeld, man muss immer wissen, ist ein Azubi oder hat ein Azubi. Über 10% Fehlzeiten ist die Zulassung zur Prüfung gefährdet. Das muss man auch immer wieder seinem Azubi, seiner Azubine so sagen. Die denken immer, ach, das ist alles so easy, so easy ist es nicht. Denn hat der Azubi mehr wie 10% Fehlzeiten, wird das dem Prüfungsausschuss vorgelegt und der Prüfungsabteilung. Und die entscheiden dann über die Zulassung zu einer Prüfung. Es ist ja immer so, dass die Zulassung entschieden werden muss. Also es geht in eine Einzelfallprüfung, wo viele Dinge mit in Betracht genommen werden, auch wieder über die zuständige Stelle der IHK. Und Sie sehen, in jeder Folie, die ich hier Ihnen präsentieren darf, steht immer drin, Bildungsberatung. Bildungsberatung, das sind meine Kolleginnen und Kollegen Bildungsberaterinnen. Kommen Sie auf uns zu, aber immer rechtzeitig. Wissen Sie, mir tut es immer so weh, wenn ich zu jemandem sagen muss, ja jetzt läuft das Pferd, jetzt kommen wir da nicht mehr runter. Wären wir aber vorher ein bisschen, hätten wir vorher miteinander geredet, hätten wir vorher vielleicht eine andere Entscheidung treffen können oder einen anderen Weg finden können. Also kontaktieren Sie sie uns, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen. Denn es gibt Möglichkeiten. Und die werden wir dann auch gemeinsam finden. Es gibt auch ein Webinar, das ist noch hinterlegt, das finden Sie auf unserer Internetseite auch von einer Rechtsanwälte. Was tun bei kranken Azubis? Können Sie sich also auch immer wieder anschauen und schauen, wie geht man auch damit rechtlich um. Die Frage kommt immer wieder mal auf, an uns herangetragen, wie ist denn das mit einer Ausbildung in Teilzeit? Ja, Ausbildung in Teilzeit gibt es, aber auch das muss man genau prüfen. Wie schaut eine Ausbildung in Teilzeit aus? Grundsätzlich müssen Sie sehen, eine Ausbildung in Teilzeit ist in allen Ausbildungsberufen möglich. Jetzt muss man aber schauen, auf was muss denn alles geachtet werden vom Betrieb, vom A zu B. Es muss ja eine einvernehmliche Entscheidung geben. Es kann nicht der Azubi nur zu Ihnen sagen, lieber Betrieb, ich möchte jetzt Teilzeit arbeiten oder eine Teilzeitausbildung machen. So einfach funktioniert das Ganze nicht. Also es muss immer ein Einvernehmen zwischen Betrieb und Azubi dann auch vorhanden sein. Teilzeitausbildung muss dann in den meisten Fällen auch verlängert werden. Auch da spielen wieder viele Faktoren rein. Um welche Zeit möchte ich verkürzen? Wie ist die Stundenzahl, die ich verkürze? Und dann verlängert sich in den einen und anderen Fall die Ausbildung nach hinten raus. Das muss wieder geklärt werden. Es spielen da so viele Faktoren mit rein. Welche Schulbildung hat der Azubi? Wie sind seine Schulnoten? Wie ist das Ganze aufgestellt? Also gehen Sie davon aus, dass sich dann die Ausbildungszeit auch verlängern wird. Natürlich, selbstredend wird sich auch die Vergütung dann dem Ganzen anpassen. Und es wird dann auch die Vergütung da gekürzt werden. Reduzieren, aufstocken während der Ausbildung ist immer möglich. Es kommen halt belastende Situationen oder oder. Also es ist alles möglich, auch hier auf den Azubi einzugehen. Aber bevor etwas ganz auseinander geht oder bricht, weil man sagt, das und das kann man nicht machen. Lassen Sie wieder uns miteinander reden und schauen, ob wir eine Möglichkeit finden. Und jetzt kommt es zur Kommunikation mit Problemen. Jeder hat so mal seine Probleme. Jeder hat so mal seine Sorgen. Aber man muss dann alle sich anhören. Ich sage immer, Azubi ruft bei uns an und sagt, das funktioniert nicht. Und hier ist etwas und hier ist etwas. Ja, einseitige Warnungen für einen Bildungsberater, eine Beraterin. Aber deswegen schießen wir nicht gleich. Wir wollen dann erst mal den Betrieb hören. Wir wollen gucken, Austausch mit allen Beteiligten. Wir wollen mit allen reden, um dann mal zu verstehen, was läuft denn da überhaupt. Und dann vielleicht auch einen Weg zu finden, wie man das Problem lösen kann. Probleme in der Ausbildung. Meine Kollegin hat schon gesagt, es gibt ja dieses Lernen da. Auch dort finden Sie unter dem Suchbegriff Konflikte die eine oder andere Möglichkeit, das zu klären. Aber wieder ist es so, und Sie sehen meine Sätze in jeder Folie. Je früher Sie einen Berater der IHK, eine Beraterin der IHK mit einbinden, der Ihnen ganz viele Wege, Optionen aufzeigen kann, um das eine oder andere dann vielleicht zu lösen, die gibt es. Auch hier gibt es ein Webinar dazu, wie führe ich schwierige Gespräche. Wir haben ja nicht nur einfache Azubis. Es gibt ja auch das andere Problem mit einem Azubi. Kubertierende, Weltbildsuchende und und und. Ein Seminar, das darüber auch ein bisschen weiterhelfen kann. Unterstützung während der Ausbildung. Was kann ich anschlagen? Es gibt eine Unterstützung über die Agentur für Arbeit, Asaflex. Ein Problem, wo der Nachhilfeunterricht gibt, wo Hilfen gibt, Hilfestellung gibt, wo von der Agentur angeboten wird, was sie auch nichts kostet. Also nehmen Sie es in Anspruch, wenn Sie merken, Ihr Azubi hat da wirklich Probleme, etwas zu verstehen, im deutschen, im kaufmännischen Rechnen und und und. Dann nehmen Sie diese Nachhilfe in Anspruch. Bei Sprachdefiziten erkennen, Sprachförderung geben im Migrationshintergrund. Habe ich gerade vorhin schon mal kurz angesprochen, auch wieder unsere Integrationsberatung der IHK-Schwaben. Und dann gibt es natürlich noch so Einzelbegleitungen. Vera Senior Expert, das sind also ehemalige Ausbilder oder Führungskräfte, die sich dann diesen jungen Menschen explizit annehmen. Ich sage es jetzt mal so, an der Hand nehmen und sie durch die Ausbildung ein bisschen führen. Dazu wird es ein Webinar auch im Herbst noch geben. Webinar mit Förderung, Sprachförderung, Integration. So, weitere so häufige Fragen, die auftreten. Berufsänderung, ja, ich fange vielleicht mit jemand an, um mal bei der Gastronomie zu bleiben, der fängt mit einer Hotelfachmann-Frau an. Und jetzt stelle ich während der Ausbildung fest, au, das könnte gar nicht so klappen. Rechtzeitig reagieren, es gibt ja andere Berufe, zum Beispiel einen Zweijährigen, eine Fachkraftgastronomie. Dann kann ich rechtzeitig noch von meinem Dreijährigen auf den Zweijährigen umswitchen. Oder umgekehrt wieder von einem Zweijährigen Fachlagerist auf eine Dreijährige Fachkraft für Lagerlogistik. Möglichkeiten sind immer wieder da, auch zu ändern oder eine ganz komplette Berufsänderung vorzunehmen. Zu sagen, ich fange mit einer Industriekauffrau an und stelle fest, das funktioniert ja gar nicht. Und bei rechtzeitigem Erkennen, könnte mir dann vorzeitig vielleicht noch auf eine Kauffrau für Büromanagement umswitchen. Also sprechen Sie uns an und wir schauen nach den Möglichkeiten, die es gibt. Nebentätigkeiten, und da schließe ich jetzt ab, auch so eine Frage, die man meistens eigentlich von den Arzt bis aufbaut bei uns. Wie schaut das aus? Kann ich nebenzu in irgendeiner Bar arbeiten? Kann ich nebenzu als Tennislehrer arbeiten und so weiter? Wie in allen arbeitsrechtlichen und gesetzlichen Regelungen, der Betrieb muss es genehmigen. Kann auch befristet sein und, und, und. Also Sie sind dabei auch federführend. Zum Thema Prüfungen und Prüfungen, Anmeldungen und so weiter, würde ich Ihnen noch ganz kurz meine Kollegin Grazerhaug noch mal was sagen. Und dann stehen wir natürlich für alle Fragen für Sie bereit. Vielen Dank. Dankeschön, Heinz. Danke auch, dass du den Pointer da gelassen hast, nachdem ihn ich vorhin einfach mitgenommen habe. Ja, zum Thema Prüfungen. Die vorgemerkten Prüfungstermine, zu denen Ihr Azubi für eine Zwischenprüfung oder eine Teil 1 Prüfung oder auch die Abschlussprüfung vorgemerkt ist, finden Sie auf der Vertragsbestätigung. Bitte gucken Sie das auch an, ob das passt. Normalerweise passt es, aber bei Beginn oder starker Verkürzung muss man noch mal genauer drauf schauen, dass es auch wirklich ein sinnvoller Termin ist, bis zu dem die Inhalte vermittelt sein können. Und dass auch gerade bei Teil 1 Prüfungen der Abstand zur Abschlussprüfung noch gegeben ist. Da gibt es nämlich auch in den Ausbildungsverordnungen Vorgaben. Die IHK fordert zur Anmeldung auf und hier hatte ich vorhin schon darauf hingewiesen, wir sind hier in einem Umstellungsprozess und wir führen sukzessive die digitale Aufforderung zur Anmeldung ein. Dazu haben wir im Chat ganz, ganz viele Fragen von Ihnen. Die können wir gar nicht alle beantworten und wir sind hier, wir haben hier uns auf den Weg gemacht und wir werden da aber auch Antworten Ihnen geben und gegebenenfalls auch in einer eigenen Veranstaltung noch informieren. Eins können wir Ihnen versichern, jeder Azubi, dessen Vertrag eingetragen ist und wo ein Prüftermin auch auf der Vertragsbestätigung steht, wird von uns zur Prüfung in irgendeiner Form aufgefordert, ob noch schriftlich, je nach Beruf oder digital und wir vergessen da auch keinen. Und wenn Dinge nachgereicht werden müssen oder noch getan werden müssen, fordern wir auch die Betriebe und die Azubis auf. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie auch auf die Kolleginnen und Kollegen vom Prüfungswesen zugehen. Informationen zu Vorlagefristen, Infos zu Fachaufgaben. Es tauchen ja immer wieder auch die Frage auf, na wie ist denn das mit der Fachaufgabe oder mit dem Projektantrag? Wo finde ich denn da was dazu? Ganz viele Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite und zwar beim jeweiligen Beruf. Das finden Sie unter Prüfungstermine und Ablauf und da kommt dann eine Liste A bis Z. Da ist dann einfach der richtige Beruf auszuwählen und ganz häufig sind da auch schon Dinge hinterlegt, wie ist, was ist für den Report zu beachten, welche Vorgaben hat eine Projektarbeit und so weiter. Auch ein Link auf Prüfungstermine schriftlich ist zu finden. Die mündlichen Prüfungen und praktischen Prüfungen finden ja immer in Zeiträumen statt, die dann noch nicht so lange vorher feststehen. Ja, lassen Sie uns hier auch auf den digitalen Weg gemeinsam gehen. Was ist noch wichtig bei der Prüfung? Natürlich die Vorbereitung. Die sollte man rechtzeitig beginnen. Zum einen der Azubi selber. Mein Kollege, der Herr Müller, hat es vorhin schon gesagt. Noten in der Berufsschule können auch mit ein Indiz sein, ob vielleicht noch Lücken da sind. Aber natürlich auch die Tätigkeit und die Fortschritte, die im Betrieb erkennbar sind. Ein Tipp hier noch zum Berichtsheft. Lassen Sie sich ins Berichtsheft von der Berufsschule nicht nur Fächer reinschreiben, sondern tatsächlich Themen. Dann können Sie auch darauf zurückgreifen und mit der Prüfungsvorbereitung einfach auch rechtzeitig anfangen, damit hier keine Panik entsteht, wenn der Berg der Dinge, die zu lernen sind oder die nicht verstanden wurden, für den Azubi gefühlt immer größer werden und der Prüftermin immer näher und näher rückt. Es gibt verschiedenste Aufgabensammlungen, Vorbereitungsmaterialien und Angebote, unter anderem vom U-Form Verlag oder vom Christiani Verlag. Auch die Berufsschulen bieten unterschiedlichste Dinge an, sei es jetzt im sprachlichen Bereich oder aber auch, gerade wenn die ganze Klasse auf die Prüfung zugeht, dass die Lehrer immer wieder auch Prüfungsvorbereitung mit einbauen. Und natürlich sind Sie im Unternehmen gefragt in der Prüfungsvorbereitung. Und es gibt die beste Prüfungsvorbereitung, die Sie als Ausbilderin oder Ausbilder haben können, die Sie an Ihre Azubis weitergeben können, ist, wenn Sie sich selber als Prüfer engagieren oder Prüferin, weil dann sind Sie bei Prüfungen dabei, wissen, wie das abläuft und können auch das nochmal intensiv beurteilen, wie die Prüfungsvorbereitung sinnvoll ist. Also Werbung an dieser Stelle, melden Sie sich als Prüfer oder Prüferin. Prüfer oder Prüferin muss nicht eine Ausbildereignung haben, sondern die Fachkompetenz in dem entsprechenden Berufsfeld, Berufsbereich, für den er oder sie als Prüfer tätig sein will. Und dazu gibt es auch Schulungen und Einführungen. Ja, jetzt habe ich eine Übersicht. Das waren jetzt ganz, ganz viele Themen, die wir angeschnitten haben. Die Fragerunde kommt nachher noch. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, Ihre Fragen oder einen Teil der Fragen zu beantworten. Aber auch der Kollege hat es schon oft gesagt, wir sind ein Team von Bildungsberaterinnen und Bildungsberatern, aufgeteilt nach Berufen, kaufmännisch, Gastronomie und IT und technische Berufe und auch nach Landkreisen und Regionen. Sie finden uns im Internet auch auf unserer Homepage und diese Übersicht, die Sie hier eingeblendet sehen, wird natürlich mitgeliefert. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenden Sie sich an uns. Es ist so, dass wir manchmal nicht am gleichen Tag oder gleich am nächsten Tag zurückrufen können, aber wir versuchen und bemühen uns schnellstmöglich zu reagieren. Aber wenn man unterwegs ist in Terminen oder in den Unternehmen draußen, ist es manchmal nicht so schnell möglich. Wobei die Telefone immer so gestellt sind, dass ein Kollege oder eine Kollegin der Bildungsberatung normal erreichbar ist, wo Sie auch die Fragen stellen können. Wenn es um Themen geht, die tiefer reingehen oder über die schon gesprochen wurde, dann macht es immer Sinn, mit dem zuständigen Berater oder der zuständigen Beraterin zu sprechen. Hier auf der Folie sind noch zwei weitere Namen erwähnt, und zwar der Herr Ibrahim Rahimi und die Frau Sarah Winter. Der Herr Rahimi ist der entsprechende Integrationsberater, der Sie vielleicht auch schon begleitet hat oder begleitet, wenn es darum geht, Azubis aus dem Ausland auch aufzunehmen. Und die Sarah Winter kümmert sich um das Thema Fachkräftesicherung. Infos, Unterstützung und Materialien finden Sie neben uns als Personen auch ganz, ganz viel im Internet. Hier noch einmal eine Seite mit den zusammengestellten Links, die Sie dann bekommen. Es gibt auch weitere Veranstaltungen. Wir machen ja immer wieder Webinare zu verschiedensten Themen, auch rund um die Ausbildung. Wenn Sie hier auf die Veranstaltungen gehen, dann sehen Sie auch die Möglichkeit, Fachkräfte, Ausbildung und Weiterbildung als Themenspektrum einzugrenzen. Dann bekommen Sie die Treffer, die da relevant sind. Und was auch wichtig ist, melden Sie sich bei uns im Infocenter an und geben Sie diese Themen an. Auch da informieren wir immer wieder über das, was in Sachen Ausbildung läuft, wo es Informationen gibt und auch über unsere eigenen Veranstaltungen natürlich. An der Stelle gibt es jetzt einen kurzen Cut, bevor dann mein Kollege Heinz Müller und ich wieder da sind und Ihre Fragen noch beantworten. Kennen Sie unser Digitales Infocenter? Damit bleiben Sie auf dem aktuellen Stand. Wählen Sie Ihre Interessensgebiete aus und wir informieren Sie gezielt über aktuelle Gesetzesänderungen, Veranstaltungen oder wichtige Informationen Ihrer Branche per E-Mail. Mit Ihrer Einwilligung kontaktieren Sie von diesem hilfreichen Service. Ja, da sind wir wieder mit den Fragen. Die erste Frage, die ich hier stehen habe, darf ein Azubi weniger als 40 Stunden im Betrieb arbeiten lernen, wenn er zum Beispiel, wenn es eine 36-Stunden-Woche gibt, kann das der Betrieb selber entscheiden? Ja, das kann der Betrieb selber entscheiden. Da reden wir noch nicht über Teilzeitausbildung. Das ist eine 36-Stunden-Monate-Woche. Wir haben zum Teil 35 Stunden bei der IG Metall noch hinterlegt. Also kein Problem. In dieselbe Richtung zielt die Frage auch, was muss ich bei einem Azubi beachten, wenn es in einem Unternehmen eine 4-Tage-Woche gibt. Da muss man natürlich zusätzlich auch auf die Arbeitszeiten achten, gerade wenn es minderjährige Azubis sind. Die können ja maximal 8 Stunden, in Ausnahmefällen 8,5 Stunden arbeiten und dann muss man sehen, wie man da mit der Arbeitszeit hinkommt. An minderjährigen Azubi können Sie nicht täglich 10 Stunden arbeiten lassen. Jugendarbeitsschutzgesetz, da greift das Jugendarbeitsschutzgesetz, dann haben wir dann ein Problem, weil Sie können Ihnen keine 10 Stunden arbeiten lassen und so wird diese 4-Stunden-Woche fast unmöglich werden. Eine weitere Frage, die aufgetaucht ist, war zum digitalen Berichtsheft. Gibt es im Bildungsportal ein digitales Berichtsheft? Nein, wir als IHK Schwaben bieten kein eigenes Tool an, weil der Markt, der gibt hier so ein breites Spektrum und immer neue Tools und Möglichkeiten. Die können und wollen wir gar nicht alle abdecken. Unsere Vorgaben sind eben, dass ein digitales Tool verwendet wird, das eben diesen Vorgaben entspricht, nämlich dass zum Beispiel ein bestätigter Bericht, ein vom Ausbilder abgehackter Bericht nicht mehr verändert werden kann und wie schon gesagt, am Ende muss ein PDF-Dokument erstellbar sein. Und in allen anderen Dingen sind Sie hier frei im Wählen. Wir haben kein eigenes Tool am Start. Empfehlungen direkt haben wir hier nicht. Wir akzeptieren aber alle digitalen, also mein Stand ist, wir akzeptieren alle, Christine, die wohl bei uns aufschlagen. Das, was wir kennen, Blog, Azubi-Heft und so weiter, erfüllt normal die Voraussetzungen. Und wenn Sie Zweifel haben, dann fragen Sie einfach bei uns nach. Kann man die Inhalte der Prüfung beeinflussen? Zum Beispiel sind die Skript- und Programmierfragen bei Mediengestaltern sehr veraltet und nicht mehr zeitgemäß? Nein, da haben wir wenig Einfluss drauf als kann man. Das ist eine zentrale Prüfungsabteilung, die sitzt in Köln. Das ist die AKA, die stellen Prüfungen zusammen. Ja, wir sitzen auch in Krämchen mit drin, aber ganz klein. Also das ist eine zentrale Prüfung. Wir haben wenig Einfluss drauf auf die ganze Prüfungsgeschichte. Auf mündliche Prüfungen? Ja, von Fragestellungen schon, von Fachaufgaben, die wo da sind, von Aufgaben, zum Beispiel Kaufmann für Büromanagement, wenn man eine vorgelegte Prüfungsaufgabe bekommt. Vielleicht, aber sonst haben wir wenig Einfluss. Die Prüfungsaufgaben sind natürlich in der praktischen und mündlichen Prüfung praxisbezogen durch die Beteiligung von Prüferinnen und Prüfern aus den Unternehmen. Nochmal die Werbung für Prüfertätigkeit. Und in den Fachausschüssen, da werden von den IHK Prüferinnen und Prüfer auch entsandt. Aber wir haben da wirklich wenig Möglichkeiten. Warum ist es nicht möglich, vergangene Prüfungen von bestimmten Berufen zu bekommen, ohne diese extra zu kaufen? Diese sollten kostenfrei zur Verfügung stehen. Wir haben einfach bloß dieses, also Sie müssen es so verstehen. Die IHK meldet zum Beispiel jetzt 480 Prüfungen, Kaufmann für Büromanagement. Dann kriegen wir nur 480, vielleicht 10 mehr Prüfungen, Kaufmann für Büromanagement. Und die haben wir und mehr haben wir auch nicht. Also wir kaufen nicht gleich immer 1.000 ein, sondern bloß die Anzahl, wo wir bei uns als gemeldete Prüfer sind, plus 10, glaube ich, sagen wir. Also mehr haben wir auch nicht. Und eine Prüfung kostet, glaube ich, soviel ich weiß, 4 oder 5 Euro. U-Form Verlag, was haben wir gerade? 20 meine ich, um die 20. Eine Prüfung, 20? Bei euch? Also 20? Ich bin schon länger dabei, wissen Sie, vielleicht ist es so, dass ich... Also 20 Euro, ja. Es gibt auch beim U-Form Verlag oder auch bei Christiani wirklich gute Vorbereitungsmaterialien, die nicht zu teuer sind. Auch Bücher, Aufgabensammlungen und da lässt sich einiges draus rausziehen. Natürlich ist es so, wenn ein Beruf neu geordnet wird, dann ist es immer spannend. Das sind dann immer die Ersten, die in einer neu geordneten Prüfung antreten. Die sind ein bisschen Pioniere, aber ich denke, da kann man schon gut weiterkommen. Wie kann ich mich als Ausbilder beim BBO-Portal registrieren? Wo finde ich das Registrierungsformular? Bei uns auf der Internetseite einfach BBO oder Hashtag BBO eingeben und Sie landen auf der Seite, wo die Informationen dazu sind und da ist auch dann ein Link auf unseren Ausbildungsservice, an den Sie sich wenden können, wenn die Zugangsdaten im Unternehmen noch nicht angekommen sind. Das BBO-Portal in dieser Form betrifft jetzt tatsächlich die IHK-Schwaben und alle Kammern, die mit der gleichen Verwaltungssoftware IHK-dezent arbeiten. Andere IHK haben da vielleicht ein anderes Portal am Start. Was gibt es bei Teilzeitausbildung in Bezug auf die Berufsschule zu beachten? Ist dies ein Thema der IHK oder muss das mit der Berufsschule individuell geklärt werden? Sehr gute Frage. Ich habe ja kurz angesprochen in meinem kurzen Vortrag, was Teilzeitausbildung bedeutet. Vergessen zu sagen, ist eine gute Frage. Schule ist immer ganztags. Es gibt keine Schule in Teilzeit. Der Schulunterricht ist ganztags. Das heißt, Sie hätten jetzt eine 25-Stunden-Woche, dann gehen jetzt schon mal acht Stunden weg als Schultag. Dann bleibt Ihnen praktisch noch 17 Stunden für die Arbeit oder für die Ausbildung im Betrieb. Schultage gibt es nicht in Teilzeit. Okay. Dann haben wir noch die Frage, wie viel Zeithalb-Ausbildungsvergütungen gibt es Mindest- bzw. Höchstgrenzen? Ja, es gibt die Mindestausbildungsvergütung. Die greift aber nur, wenn es in der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, keinen Branchentarif gibt. Auch wenn der Tarif nicht allgemeinverbindlich ist, wenn es einen Branchentarif gibt, greift dieser Informationen auch dazu auf unserer Internetseite unter Ausbildung A bis Z Vergütungen. Wenn Sie individuelle Fragen haben, bitte an uns wenden. Wie viel Zeitaufwand pro Woche fürs Berichtsheft sind normal? Das ist schon eine Frage. Wie viel stellen Sie sich zur Verfügung? Wie ist der Azubi drauf? Schreibt er schnell, schreibt er langsam? Schauen Sie es einfach Ihren Azubi an. Das ist genau das. Beobachten Sie Ihren Azubi. Schauen Sie es immer an. Also ich sage jetzt mal, wenn ich so ein Hausnummer nehme, wenn eine halbe Stunde das er mal macht, ich denke, da ist viel passiert. Aber es gibt keine feste Zeit. Das Berufsbildungsgesetz, es gibt nichts, eine feste Zeit, wo es heißt, du kriegst eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das funktioniert nicht. Also. An der Stelle noch ein Satz zu einer Frage, die auch im Chat kam, und zwar Berichtsheft und Chat-GPT. Macht das überhaupt noch Sinn? Naja, mit künstlicher Intelligenz werden wir uns weiterentwickeln und weiter beschäftigen müssen. Ich glaube aber nicht, dass Chat-GPT die betrieblichen Dinge und die betrieblichen Abläufe so abbilden kann, dass sie das wirklich, dass das das ist, was individuell im Betrieb zu beachten ist. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Hebel, den sie ansetzen können. Chat-GPT wird der Azubi verwenden und wenn sie es durchlesen und feststellen, dass das gar nicht stimmt, dann hat er ja auch die Dinge nicht richtig wiedergegeben und richtig reflektiert. Regelmäßige Kontrolle des Berichtsheftes. Das ist genau unser Thema. Regelmäßige Kontrolle des Berichtsheftes und nicht nur kurz vor der Abschlussprüfung als Berichtsheft anschauen, liebe Ausbilderinnen, liebe Ausbilder, sondern regelmäßig anschauen, dann weiß ich, was hat er gemacht und dann stelle ich dann schon fest, ist das, hat er das geschrieben, haben wir das letzte Woche gemacht oder ist das irgendwo künstlich erstellt worden? Also das, Regelmäßigkeit eines Berichtsheftes, das ist schon wichtig, was man mitgeben muss den Betrieben. Ja, und jetzt gucken wir ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ein bisschen überzogen. Es sind noch viele Fragen offen, aber wir werden natürlich die auch beantworten können. Jetzt gibt mir meine Kollegin gerade ein Zeichen. Ja, offene Fragen werden wir auch in schriftlicher Form noch mitliefern und wir stehen ja auch als Ansprechpartner immer zur Verfügung. An der Stelle schon mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns zugehört haben. Eins möchte ich noch hinweisen und zwar unsere Kampagne Können Lernen, die bundesweite Ausbildungskampagne. Der Kollege steht jetzt hier schön in der Mitte. Wenn Sie Materialien dazu brauchen oder haben wollen, gucken Sie es sich mal an. Hashtag Können Lernen sind auch auf verschiedensten Kanälen zu finden, ist die bundesweite Ausbildungskampagne der IHK. Und wenn Sie heuer den Aufkleber, wir bilden aus, zu 24 noch nicht an der Türe haben oder am Fenster, dann haben Sie ihn hoffentlich im nächsten Jahr, weil wenn Ihr Azubi im September beginnt und im Januar nach der Probezeit noch da ist, dann werden Sie einen solchen Aufkleber oder ein solches Signet bekommen, auch um zu zeigen, dass Sie ein Betrieb sind, der Verantwortung für junge Menschen übernimmt und sich um den Übergang ins Berufsleben kümmert und auch um Azubis kümmert. An der Stelle vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass Sie ausbilden. Vielen Dank, dass Sie jedes Jahr wieder neue Azubis nehmen. Viel Erfolg bei der Ausbildung, dass wir uns bei der nächsten Abschlussreihe wiedersehen und beglückwünschen können, dass wir wieder ein Azubi durch die Ausbildung gebracht haben. Alles Gute Ihnen. quite bis zum Frühjof peoples. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.